Es ging mir gut in Hollywood, aber es wurmte mich, dass diese armen Deutschen solche Scheißkerle sind. Wenn ich zurückkomme, wollte ich sagen, ihr Scheißkerle, ich hab was für euch komponiert. Eines schönen Tages befallen uns unsere Obern, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Polen eingebrochen und haben es erobert. In zwei Wochen. Eines schönen Tages befallen uns unsere Obern, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Frankreich eingebrochen und haben es erobert. In vier Wochen. Eines schönen Tages befallen uns unsere Obern, das riesige Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Russland eingefahren und kämpfen um das Leben seit zwei Jahren. Eines schönen Tages befallen uns unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Gott bewahr uns und führ uns wieder nach Haus, führ uns wieder nach Haus. und wir sind die ganzein